Bei herrlichem Wetter bummelten am Sonntag unzählige Menschen durch die Westerstädter Innenstadt. Beim Autofrühling sahen sie sich die neuesten Fahrzeugmodelle an. Außerdem lockten eine Fundsachenversteigerung auf dem alten Markt und offene Geschäfte die Massen an. Auch die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Sie konnten sich beispielsweise schminken lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017